Erinnerst du dich noch? Ich habe dich mal vor sechs Jahren an der Kaffeemaschine gefragt, ob du noch mal einen Bogenbau machen würdest. Ich glaube, ich habe gesagt niemals. Niemals. Und jetzt machen wir es. Warum machen wir Bär-Propos? Ganz einfach ist, wir sehen über so viele Jahre hinweg, dass es gewisse Modelle und Wünsche und Ansprüche von Bogensport-Fachhändlern gibt, von Bogensportlern gibt, die wir endlich verfügbar machen sollen. Das ist so simpel. Der Bogensport braucht richtig gute Böge und wir wollen die einfach verfügbar machen. Die Marktanalysen sind ja eindeutig, dass ein gewisses Bogensegment einfach fehlt auf dem Markt. Und da haben wir uns einfach gedacht, ein paar Modelle rauszunehmen und die alle noch mal richtig zu checken, was kann man verbessern, was kann man dann verändern. Wir haben neben Botnik-Bos, neben Pentalon haben wir jetzt mit Bär-Propos genau die Modelle, die der Markt braucht, zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, im richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau das, was so viele Leute am Markt der Meinung sind, es kommt zu spät, aber besser zu spät als nie. WDR 2021 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 WDR 2021